Lektion 1 – Outfits einkaufen Hallo Anna, bist du in letzter Zeit einkaufen gegangen? Hallo John, ja, ich bin letzte Woche einkaufen gegangen. Wie steht's mit dir? Ich habe vor, dieses Wochenende einkaufen zu gehen. Ich brauche ein paar neue Outfits. Das ist großartig. Suchst du etwas Bestimmtes? Nun, ich möchte ein paar schöne Outfits für eine bevorstehende Veranstaltung kaufen. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel ausgeben. Ich verstehe. Sie können tolle Angebote finden, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Haben Sie versucht, online einzukaufen? Ja, ich habe in einigen Online-Shops nachgesehen, aber ich probiere Kleidung lieber an, bevor ich sie kaufe. Ich verstehe. Sie können auch verschiedene Geschäfte besuchen und Preise vergleichen. Es kann einige Zeit dauern, aber Sie werden gute Optionen finden. Das ist eine gute Idee. Hast du irgendwelche Lieblingsgeschäfte, die du empfiehlst? Definitiv. In der Innenstadt gibt es eine trendige Boutique, die stilvolle Kleidung zu erschwinglichen Preisen anbietet. Sie haben oft auch Verkäufe. Das klingt perfekt. Wie heißt die Boutique? Es heißt Fashionhaven. Sie haben eine große Auswahl an Optionen, also bin ich sicher, dass Sie etwas finden werden, das Ihnen gefällt. Danke für den Vorschlag. Ich werde es mir dieses Wochenende ansehen. Lektion 2. Modische Herausforderungen Hallo Anna, hattest du jemals irgendwelche modischen Herausforderungen? Hallo John, auf jeden Fall. Mode kann manchmal schwierig sein. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Nun, die richtige Größe zu finden, ist für mich immer ein Kampf. Ich bin groß, daher ist es schwierig, Kleidung zu finden, die gut passt. Oh, ich verstehe. Es kann frustrierend sein, wenn Kleidung nicht richtig sitzt. Haben Sie versucht, in Geschäften einzukaufen, die große Größen anbieten? Ja, ich habe ein paar ausprobiert, aber die Auswahl ist begrenzt. Und fangen Sie nicht damit an, online einzukaufen. Das kann ich mir vorstellen. Online-Shopping kann schwierig sein, da Sie die Kleidung nicht anprobieren können. Haben Sie darüber nachgedacht, Kundenrezensionen zu lesen, um sich ein Bild von der Größe zu machen? Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde sicherstellen, dass ich die Bewertungen überprüfe, bevor ich online einkaufe. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihre Maße messen zu lassen und die Größentabelle des Geschäfts zu beachten. Auf diese Weise können Sie sich eine bessere Vorstellung davon machen, welche Größe Sie bestellen müssen. Das ist eine kluge Idee. Das behalte ich im Hinterkopf. Übrigens, hast du irgendwelche Tipps, um Kleidung zu finden, die zu deinem Körpertyp passt? Natürlich. Es ist wichtig, dass Sie sich Ihrer Körperform anpassen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie nach verschiedenen Stilen suchen, die Ihrem Körpertyp schmeicheln. Das macht Sinn. Gibt es bestimmte Stile, die für verschiedene Körperformen gut geeignet sind? Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Sandohrfigur haben, stehen Ihnen eng anliegende Kleider und Oberteile, die Ihre Taille betonen. Großartig! Was ist mit jemandem mit einem athletischeren Körpertyp? Für einen athletischen Körper können Sie Kleidung ausprobieren, die Kurven erzeugt, wie Schösschenoberteile oder Kleider mit Rüschen. Ich verstehe. Danke für die Tipps. Ich werde sie im Hinterkopf behalten, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe. Lektion 3. Produktivität steigern Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie die Produktivität durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann? Hallo John, absolut. Es gibt verschiedene Faktoren, die unsere Produktivität beeinflussen können. Was haben Sie konkret im Sinn? Nun, mir ist aufgefallen, dass ich leicht abgelenkt werde, wenn ich in einer überfüllten Umgebung arbeite. Geht es dir genauso? Auf jeden Fall. Ein überfüllter Arbeitsbereich kann es schwierig machen, sich zu konzentrieren. Es ist wichtig, dass unsere Umgebung organisiert und aufgeräumt ist. Das ist wahr. Ein sauberer und organisierter Arbeitsplatz kann dazu beitragen, die Konzentration und Effizienz zu verbessern. Aber glauben Sie, dass die Produktivität auch durch externe Ablenkungen beeinträchtigt werden kann? Es stimmt, externe Ablenkungen können erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität haben. Zum Beispiel können laute Geräusche oder Unterbrechungen durch Kollegen unseren Arbeitsablauf stören. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Ablenkungen so gering wie möglich zu halten. Eine Strategie, die ich als hilfreich empfunden habe, ist die Verwendung von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, um Hintergrundgeräusche auszublenden. Das ist eine tolle Idee. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung können dazu beitragen, eine ruhigere Umgebung zu schaffen, sodass sie sich besser konzentrieren können. Ein weiterer Faktor, der die Produktivität beeinflussen kann, ist das Zeitmanagement. Absolut. Richtiges Zeitmanagement ist der Schlüssel, um produktiv zu bleiben. Gibt es Techniken, mit denen Sie Ihre Zeit effektiv verwalten können? Ja, ich finde es hilfreich, Aufgaben zu priorisieren und eine To-Do-Liste zu erstellen. Indem ich mich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben konzentriere, kann ich sicherstellen, dass ich sie rechtzeitig erledige. Das ist ein guter Ansatz. Das Aufteilen großer Aufgaben in kleinere, überschaubare Aufgaben kann ebenfalls dazu beitragen, produktiv zu bleiben. Auf jeden Fall. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn Sie Fortschritte sehen können, indem Sie kleinere Aufgaben erledigen. Darüber hinaus können kurze Pausen die Produktivität tatsächlich steigern, indem Sie unserem Geist etwas Ruhe geben. Ich stimme zu. Es ist wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen, um neue Energie zu tanken und Burnout zu vermeiden. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden. Absolut. Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Indem wir für einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz sorgen, Ablenkungen minimieren, unsere Zeit effektiv einteilen und Pausen einlegen, können wir unsere Produktivität maximieren. Gut gesagt. Diese Strategien können sicherlich einen positiven Unterschied machen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 4. Teamunterstützung Hallo Anna, ich wollte mit dir über unser aktuelles Projekt sprechen. Hallo John, sicher. Was beschäftigt dich? Mir ist aufgefallen, dass einige Teammitglieder Schwierigkeiten haben, Termine einzuhalten. Das ist besorgniserregend. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und sicherstellen, dass alle auf dem richtigen Weg bleiben. Exakt. Wir sind ein Team und wir sollten uns immer gegenseitig unterstützen. Haben Sie Ideen, wie wir die Produktivität verbessern können? Nun, eine Idee ist es, regelmäßig Einzug ecken, um zu sehen, ob jemand Hilfe benötigt oder ob es irgendwelche Straßensperren gibt. Das ist ein toller Vorschlag. Offene Kommunikation ist der Schlüssel zur Bewältigung aller Herausforderungen. Darüber hinaus kann die Bereitstellung von Ressourcen und Anleitungen den Teammitgliedern helfen, Hindernisse zu überwinden. Absolut. Es ist auch wichtig, die Bemühungen unserer Teammitglieder anzuerkennen und zu würdigen. Anerkennung kann die Moral stärken und alle zu besseren Leistungen motivieren. Ich stimme zu. Große und kleine Erfolge zu feiern, kann ein positives Arbeitsumfeld schaffen. Es ist wichtig, eine Kultur der Wertschätzung zu fördern. Eine andere Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, besteht darin, Wissen und Fähigkeiten auszutauschen. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und wenn wir sie teilen, können wir uns gegenseitig helfen, zu wachsen. Zusammenarbeit und Wissensaustausch können zu innovativen Ideen und Lösungen führen. Wir sollten dazu ermutigen, voneinander zu lernen. Auf jeden Fall. Schließlich ist es wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich die Teammitglieder wohl fühlen, wenn sie um Hilfe bitten oder ihre Bedenken teilen. Absolut. Wenn sich jeder unterstützt und geschätzt fühlt, entsteht ein produktiveres und harmonischeres Arbeitsumfeld. Exakt. Wir machen das alle zusammen und wenn wir als Team arbeiten, können wir großartige Dinge erreichen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du das mit mir besprochen hast. Lassen Sie uns diese Ideen umsetzen und uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Lektion 5 Kaffeepause Hallo Anna, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken? Hallo John, absolut. Ich könnte einen Koffeinschub gebrauchen. Wo sollen wir hingehen? Wie wäre es mit dem neuen Kaffee in der Innenstadt? Ich habe gehört, dass Sie großartigen Kaffee und ein gemütliches Ambiente haben. Das klingt perfekt. Ich bin immer bereit, neue Kaffees auszuprobieren. Welche Uhrzeit funktioniert für dich? Wie wäre es gegen 15 Uhr? So können wir eine Pause von der Arbeit einlegen und unseren Kaffee genießen. Hört sich gut an. Ich markiere es in meinem Kalender. Übrigens, haben Sie dort irgendwelche Snacks oder Gebäck? Ja, das tun Sie. Sie haben eine Auswahl an frischem Gebäck und Sandwiches, die zum Kaffee passen. Das ist toll zu hören. Vielleicht hole ich mir auch ein Gebäck. Es ist immer schön, etwas Süßes zu meinem Kaffee zu haben. Ich stimme zu. Kaffee und Gebäck bilden eine perfekte Kombination. Es ist ein Genuss für die Geschmacksknospen. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine großartige Gelegenheit für uns, uns zu treffen und zu checken. Wir waren in letzter Zeit so beschäftigt. Du hast recht. Es ist wichtig, Pausen einzulegen und Zeit mit Freunden zu verbringen. Wir können über Arbeit oder alles andere sprechen, was uns in den Sinn kommt. Absolut. Wir sind ein Team und wir sollten uns immer gegenseitig unterstützen. Also, was ist in letzter Zeit mit dir los? Nun, ich habe bei der Arbeit an einem neuen Projekt gearbeitet. Es ist eine Herausforderung, aber ich genieße den Prozess. Wie steht's mit dir? Ich habe an einigen Online-Kursen teilgenommen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist toll zu hören. Kontinuierliches Lernen ist für das persönliche und berufliche Wachstum unerlässlich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist immer gut, unser Wissen zu erweitern und in dieser schnelllebigen Welt auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Und eine solche Kaffeepause gibt uns die Möglichkeit, uns zu entspannen und neue Energie zu tanken, bevor wir wieder an die Arbeit gehen. Stimmt. Es hilft uns, den Kopf frei zu bekommen und Aufgaben mit einer neuen Perspektive anzugehen. Darauf freue ich mich. Ich auch. Ich kann die köstliche Tasse Kaffee kaum erwarten. Es wird eine schöne Pause in unserem Tag sein. Lektion 6, Information und Entscheidungsfindung Hallo Anna, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Hast du die Informationen, die deinem Tarif entsprechen? Hallo John, klar. Ich werde mein Bestes tun, um zu helfen. Können Sie bitte mehr Informationen darüber geben, wonach Sie suchen? Ich versuche zu entscheiden, welchen Telefonplan ich wählen soll. Es gibt so viele Optionen und ich möchte eine fundierte Entscheidung treffen. Ich verstehe. Um eine Entscheidung zu treffen, ist es wichtig, Faktoren wie Datenlimits, Anruf und SMS zu laden und die Gesamtkosten zu berücksichtigen. Das ist wahr. Ich möchte einen Tarif mit ausreichend Daten für meine Bedürfnisse, ohne für mehr zu bezahlen, als ich tatsächlich nutze. Absolut. Sie können damit beginnen, Ihre durchschnittliche Datennutzung in den letzten Monaten zu analysieren und dann nach einem Plan suchen, der darauf abgestimmt ist. Das ist eine gute Idee. Ich werde meinen Nutzungsverlauf überprüfen, um eine bessere Vorstellung zu bekommen. Welche anderen Faktoren sollte ich berücksichtigen? Möglicherweise möchten Sie sich auch die Abdeckung und Netzwerkzuverlässigkeit verschiedener Anbieter ansehen. Es ist wichtig, dass Sie in den Bereichen, die Sie häufig besuchen, ein starkes Signal haben. Ja, die Deckung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn ich Reise oder Zeit in abgelegenen Gebieten verbringe. Ich werde sicherstellen, dass ich die Abdeckungskarten der Anbieter recherchiere. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, Kundenrezensionen zu lesen und den Ruf des Kundendienstes verschiedener Anbieter zu vergleichen. Ein zuverlässiges Kundenbetreuungssystem kann wertvoll sein. Das ist ein gutes Argument. Ich werde auf jeden Fall Kundenrezensionen und Erfahrungen berücksichtigen. Es kann mir ein Gefühl für die allgemeine Kundenzufriedenheit geben. Beachten Sie abschließend die Vertragsbedingungen und alle mit dem Plan verbundenen versteckten Gebühren. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen verstanden haben, bevor Sie sich verpflichten. Absolut. Ich werde die Vertragsbedingungen sorgfältig prüfen und nach möglichen versteckten Gebühren fragen. Es ist wichtig, ein klares Verständnis zu haben. Viel Glück. Ich bin zuversichtlich, dass Sie eine fundierte Entscheidung treffen werden. Denken Sie daran, dass es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Ihren Bedürfnissen und den Funktionen des Plans zu finden. Ich danke dir. Danke für Ihre Beratung. Es ist immer hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen kann. Lektion 7 Unvorhersehbares Wetter Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie unberechenbar das Wetter in letzter Zeit war? Hallo John. Oh, es war ziemlich unberechenbar, nicht wahr? Ich musste überall einen Regenschirm mitnehmen. Ich weiß, was du meinst. In einem Moment ist es sonnig und im nächsten regnet es. Es ist schwierig, Autoaktivitäten zu planen. Absolut. Es macht es schwierig, konkrete Pläne zu machen. Ich musste einige Ausfüge wegen plötzlicher Regenfälle absagen. Es ist frustrierend, nicht wahr? Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, genauere Wetterinformationen zu erhalten. Nun, es gibt verschiedene Wetter-Apps und Websites, die Updates in Echtzeit bereitstellen. Sie können bei der Planung Ihres Tages sehr hilfreich sein. Das ist eine gute Idee. Ich sollte mir ein paar zuverlässige Wetter-Apps ansehen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ich persönlich verwende eine beliebte Wetter-App, die stündliche Vorhersagen liefert und Warnungen vor Unwettern sendet. Klingt nützlich. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wenn wir die Informationen entsprechend der Geschwindigkeit der Wetteränderung haben, können wir bessere Entscheidungen treffen. Exakt. Wenn wir uns der Wetterbedingungen bewusst sind, können wir uns angemessen kleiden und auf plötzliche Veränderungen vorbereitet sein. Es geht auch nicht nur um Regen. Extreme Hitze oder Kälte können sich auch auf unsere Pläne und Tagesabläufe auswirken. Absolut. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit wir uns wohl und sicher fühlen. Ich stimme zu. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Danke für den Rat. Ich werde sicherstellen, dass ich über die Wettervorhersagen auf dem Laufenden bleibe. Hallo Anna, warst du in letzter Zeit auf aufregenden Reisen? Hallo John. Ja, es war unglaublich. Ich habe eine malerische Küstenstadt besucht. Die Landschaft war atemberaubend. Das klingt unglaublich. Ich liebe Küstenziele. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht? Die Sandstrände waren mein Favorit. Ich verbrachte Stunden damit, mich zu entspannen und die Sonne zu genießen. Das klingt nach einer perfekten Art, sich zu entspannen. Hast du irgendwelche Wasseraktivitäten ausprobiert? Ja, ich bin schnorcheln gegangen. Die Unterwasserwelt war faszinierend. Ich sah bunte Fische und wunderschöne Korallenriffe. Wow, das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Unbedingt. Ich habe viele Fotos gemacht, um die Erinnerungen festzuhalten. Die Aussicht auf die Küste war so fotogen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist immer schön, visuelle Erinnerungen an so schöne Orte zu haben. Hast du lokale Küche probiert? Oh ja, die Meeresfrüchte waren unglaublich. Ich hatte den frischesten Fisch und die frischesten Garnelen. Es war ein wahrer kulinarischer Genuss. Das klingt köstlich. Die Erkundung der lokalen Küche ist einer der Höhepunkte jeder Reise. Hatten Sie irgendwelche Interaktionen mit den Einheimischen? Ja, die Einheimischen waren freundlich und zuvorkommend. Sie erzählten Geschichten über die Geschichte der Stadt und empfahlen versteckte Juwelen zum Besuch. Es ist immer faszinierend, etwas über die lokale Kultur und Traditionen zu erfahren. Haben Sie historische Städten besucht? Ja, ich habe einen alten Leuchtturm besucht, der einen Panorama-Blick auf die Küste hatte. Es war ein faszinierendes Stück Geschichte. Das muss ein großartiger Aussichtspunkt gewesen sein, um die Umgebung zu bewundern. Insgesamt klingt es nach einer fantastischen Reise. Das war es wirklich. Natur, Kultur, leckeres Essen und freundliche Menschen, es hatte alles. Ich fühle mich so erfrischt und inspiriert. Ich freue mich, dass du so eine wundervolle Erfahrung hattest. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um neue Orte zu erkunden und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 9, Wettergespräch Hallo Anna, was für ein schöner Tag, nicht wahr? Hallo John. Ja, heute ist es absolut wunderschön. Die Sonne scheint und der Himmel ist klar. Ich könnte nicht mehr zustimmen. So ein Wetter macht mir immer gute Laune. Wie steht's mit dir? Oh, auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn das Wetter so ist. Es ist so erfrischend und belebend. Es ist ein perfekter Tag, um spazieren zu gehen oder etwas Zeit im Freien zu verbringen, findest du nicht? Unbedingt. Eigentlich hatte ich vor, später eine Wanderung zu machen. Das Wetter ist einfach zu gut, um drinnen zu bleiben. Das klingt wunderbar. Vielleicht schließe ich mich dir an, wenn das in Ordnung ist. Die Natur an einem Tag wie diesem zu erkunden, klingt fantastisch. Natürlich. Je mehr, desto besser. Es ist immer schön, Gesellschaft zu haben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Großartig. Ich bringe meine Kamera mit. Dieses Wetter ist perfekt, um einige atemberaubende Landschaften einzufangen. Das ist eine fantastische Idee. Sie werden in der Lage sein, die Schönheit der Natur einzufangen und die Erinnerungen zu bewahren. Exakt. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, meine fotografischen Fähigkeiten zu üben. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Motiven, die ich festhalten kann. Ich bin mir sicher, dass du einige unglaubliche Aufnahmen machen wirst. Die Natur bietet unendlich viele Inspirationen. Danke für die Ermutigung. Ich freue mich sehr auf unsere Wanderung und darauf, die Schönheit um uns herum einzufangen. Lektion 10. Die richtigen Sneaker finden Hallo Anna, hast du Empfehlungen für Sneaker? Ich suche solche mit guter Fußgelenkstütze. Hallo John. Klar, ich kann helfen. Suchen Sie nach einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Stil. Nicht unbedingt. Ich konzentriere mich mehr darauf, Turnschuhe zu finden, die den Fußgewölbe richtig stützen, damit sich meine Füße wohlfühlen. Das ist wichtig. Vielleicht solltest du Sportshow-Marken in Betracht ziehen, die für ihre Fußgewölbe-Unterstützung bekannt sind, wie Nike oder New Balance. Gute Vorschläge. Ich werde mir Ihre Angebote ansehen. Wissen Sie, ob es spezielle Modelle gibt, die für Ihre hervorragende Fußgewölbe-Unterstützung bekannt sind? Nike Air Zoom Pegasus und New Balance Fresh Fung 1080 sind beliebte Optionen, die für Ihren Komfort und Ihre Fußgewölbe-Unterstützung bekannt sind. Großartig. Ich werde mir diese Modelle ansehen. Übrigens, wo finde ich diese Sneaker? Sind sie in den meisten Schuhgeschäften erhältlich? Ja, sie sind weit verbreitet. Sie können in lokalen Schuhgeschäften nachschauen, aber sie werden wahrscheinlich eine größere Auswahl online finden, zum Beispiel auf den offiziellen Websites der Marken oder auf beliebten E-Commerce-Plattformen. Ich verstehe. Online-Shopping bietet eine größere Auswahl. Ich werde beide Optionen prüfen, um Preise und Verfügbarkeit zu vergleichen. Das ist ein guter Plan. Der Vergleich von Preisen und das Lesen von Kundenrezensionen können Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall. Ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalte und gleichzeitig Wert auf Komfort lege. Kluger Ansatz. Und vergessen Sie nicht, die Schuhgröße und Breite zu berücksichtigen, die am besten zu Ihren Füßen passen. Es ist entscheidend für den allgemeinen Komfort. Richtig, das behalte ich im Hinterkopf. Es ist wichtig, die richtige Passform für maximalen Komfort und Unterstützung zu finden. Absolut. Wenn möglich, probiere sie im Geschäft an oder sie dir die Größentabellen der Marken online an, um die beste Passform sicherzustellen. Das mache ich. Danke für all die hilfreichen Informationen. Ich fühle mich jetzt sicherer, die richtigen Sneaker zu finden. Lektion 11. Potenzial freisetzen Hallo, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, sich selbst zu finden und unsere Ziele zu erreichen? Hallo, John. Auf jeden Fall ermöglicht es uns, unser wahres Potenzial zu entdecken und unsere Ziele zu erreichen. Es ist eine Reise des Wachstums und der Erfüllung. Absolut. Wenn wir uns selbst besser verstehen, können wir Entscheidungen treffen, die unseren Stärken und Leidenschaften entsprechen. Das ist so wahr. Es ist wichtig, verschiedene Interessengebiete zu erkunden, um unsere Talente zu entdecken und herauszufinden, was uns wirklich motiviert. Exakt. Indem wir uns neuen Herausforderungen stellen, können wir unsere Komfortzonen hinter uns lassen und verborgene Talente entdecken. Risiken einzugehen und unsere Komfortzonen zu verlassen, kann einschüchternd sein, aber oft findet dort das größte Wachstum statt. Absolut. Durch Herausforderungen lernen wir wertvolle Lektionen und entwickeln Widerstandsfähigkeit. Und sobald wir unsere Ziele identifiziert haben, können wir eine Roadmap erstellen, um sie zu erreichen. Die Festlegung klarer Ziele gibt uns die Richtung vor. Das Setzen von Zielen hilft uns, konzentriert und motiviert zu bleiben. Es gibt uns ein Gefühl von Zielstrebigkeit und etwas, nach dem wir streben können. Es ist wichtig, große Ziele in kleinere, erreichbare Schritte zu unterteilen. Unterwegs Meilensteine zu feiern, motiviert uns. Es ist entscheidend, Meilensteine zu feiern. Es hilft uns, unsere Fortschritte anzuerkennen und stärkt unser Selbstvertrauen, weiterzumachen. Es ist auch wichtig, uns mit einem unterstützenden Netzwerk zu umgeben. Sie können Anleitung, Ermutigung und Rechenschaftspflicht bieten. Absolut. Ein Unterstützungssystem motiviert uns und erinnert uns daran, dass wir auf unserer Reise nicht allein sind. Und vergessen wir nicht die Kraft der Beharrlichkeit. Es ist wichtig, weiterzumachen, auch wenn man mit Hindernissen konfrontiert wird. Das ist wahr. Beharrlichkeit hilft uns, Herausforderungen zu bewältigen und Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Es ist ein Schlüsselmerkmal auf dem Weg zum Erfolg. Und bei alldem ist es wichtig, sich selbst und unseren Werten treu zu bleiben. Authentizität ist ein starker Erfolgsfaktor. Absolut. Wenn wir unser Handeln an unseren Werten ausrichten, schaffen wir ein sinnvolles und erfülltes Leben. Selbstfindung, das Setzen von Zielen, das Annehmen von Herausforderungen und die Treue zu uns selbst sind also alles Teile der Reise, um unser wahres Potenzial auszuschöpfen. Du hast es perfekt zusammengefasst. Es ist ein fortlaufender Prozess, der es uns ermöglicht, zu wachsen, zu lernen und die beste Version von uns selbst zu werden. Lektion 12. Komfortables Reisen Hallo Anna, ich hatte gerade ein tolles Reiseerlebnis. Ich habe die Flughafen Nounge betreten und das hat einen großen Unterschied gemacht. Hallo John, das klingt großartig. Ich habe mich immer gefragt, ob sich die Lounge lohnt. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Die Lounge hatte bequeme Sitzgelegenheiten und eine friedliche Atmosphäre. Es war eine schöne Flucht vor dem geschäftigen Flughafen. Das klingt entspannend. Hatten Sie Zugang zu Annehmlichkeiten oder Dienstleistungen? Unbedingt. Es gab kostenlose Snacks, Getränke und sogar ein Buffet mit einer Vielzahl von Speisen. Wow, das ist beeindruckend. Es muss praktisch gewesen sein, Essen und Getränke griffbereit zu haben. Das war es auf jeden Fall. Es ersparte mir, am Flughafen nach Restaurants suchen oder mich mit Fastfood zufrieden geben zu müssen. Bieten Sie Geschäftseinrichtungen oder WLAN-Zugang an? Ja, Sie hatten ein Business Center mit Computern und Druckservice. Das WLAN war auch schnell und zuverlässig. Das ist nützlich, besonders für diejenigen, die etwas Arbeit erledigen oder während ihrer Reisen in Verbindung bleiben müssen. Exakt. Es ermöglichte mir, E-Mails nachzuholen und sogar einige Nachforschungen für meine bevorstehenden Treffen anzustellen. Ich werde auf jeden Fall erwägen, die Lounge das nächste Mal zu besuchen, wenn ich reise. Es klingt nach einer komfortablen und bequemen Option. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine Reise mit einem Hauch von Luxus und Entspannung zu beginnen oder zu beenden. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Es ist gut zu wissen, dass die Flughafen Lounge das Reiseerlebnis verbessern kann. Du bist willkommen. Komfortables Reisen macht definitiv einen Unterschied. Ich hoffe, du wirst es auch erleben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke nochmal. Sichere Reisen bei deinem nächsten Abenteuer. Ich danke dir. Mach's gut und hab einen schönen Tag. Lektion 13. Die richtige Größe finden Hallo Anna, ich denke darüber nach, mir ein neues Shirt zu kaufen. Welche Größe sollte ich deiner Meinung nach nehmen? Hallo John. Es hängt von der Passform ab, die Sie bevorzugen. Suchen Sie einen lockeren oder eher taillierten Stil. Normalerweise entscheide ich mich für eine Größe M, aber ich kann auch eine kleine probieren, wenn du denkst, dass sie besser passt. Nun, es ist immer gut, verschiedene Größen auszuprobieren, um zu sehen, was für sie am besten geeignet ist. Manchmal kann eine kleinere Größe für einen maßgeschneiderteren Look sorgen. Das ist wahr. Ich will aber nicht, dass es zu eng wird. Ich will mich trotzdem wohlfühlen. Absolut. Sie möchten nicht, dass es Ihre Bewegung einschränkt oder sich zu eng anfühlt. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden. Ich stimme zu. Komfort ist der Schlüssel. Ich probiere beide Größen aus, um zu sehen, welche sich besser anfühlt. Das klingt nach einem guten Plan. Manchmal ist es schwer zu sagen, bis man sie anprobiert. Und verschiedene Marken können leicht unterschiedliche Größen haben. Das ist ein gutes Argument. Das behalte ich beim Einkaufen im Hinterkopf. Es ist immer hilfreich, Kundenrezensionen zu lesen, um zu sehen, ob die Größe groß oder klein ausfällt. Ja, Kundenrezensionen können sehr aufschlussreich sein. Sie erwähnen oft die Passform und Größe, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen können. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Es lohnt sich, ein wenig Zeit zu investieren, um eine gute Passform zu gewährleisten. Absolut. Ein gut sitzendes Hemd kann Ihr allgemeines Erscheinungsbild verbessern und Ihnen das Gefühl geben, selbstbewusster zu sein. Das ist wahr. Ich möchte gut aussehen und mich gut fühlen. Danke für den Rat. Ich weiß das zu schätzen. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Wie lange, denkst du, sollten wir dort bleiben? Hallo John. Es hängt davon ab, was wir tun und sehen wollen. Ich denke, eine Woche würde ausreichen, um die Hauptattraktionen zu erkunden. Das klingt vernünftig. Wir können eine gute Balance zwischen Sichtsee-Ein und Entspannung haben, ohne uns gehetzt zu fühlen. Exakt. Mit einer Woche können wir uns Zeit nehmen, um das Reiseziel in vollen Zügen zu erleben und in die Kultur einzutauchen. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass unsere Reiseroute flexibel ist, damit wir unterwegs spontane Entdeckungen machen können. Absolut. Und es gibt uns auch die Möglichkeit, mit Einheimischen zu interagieren und Insider-Tipps zu versteckten Juwelen zu erhalten, die es zu entdecken gilt. Ich denke, eine Woche wird uns auch die Möglichkeit geben, verschiedene lokale Küchen auszuprobieren und die lebendige Futszene zu erleben. Auf jeden Fall. Traditionelle Gerichte zu probieren und lokale Märkte oder Imbissstände zu besuchen, verleiht unserem Reiseerlebnis Geschmack. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, flexibel und offen dafür zu sein, unsere Reisepläne an unsere Erfahrungen und Vorlieben anzupassen. Absolut. Beim Reisen geht es darum, neue Erfahrungen zu machen und das Beste aus unserer Zeit an einem neuen Ort zu machen. Ich freue mich auf unsere Reise und die Abenteuer, die wir erleben werden. Eine Woche klingt für mich perfekt. Großartig. Ich fange an, unsere Reiseroute auf der Grundlage eines einwächigen Aufenthalts zu planen. Es wird eine aufregende und unvergessliche Reise. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu entdecken und zu schaffen. Es wird eine tolle Reise. In der Tat. Machen wir das Beste aus unserer Zeit und genießen wir jeden Moment unseres Abenteuers. Lektion 15 – Spaß in der Sonne Hallo Anna, ich freue mich auf unsere bevorstehende Reise. Ich bringe auch einen Frisbee für ein paar Spiele im Freien mit. Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich freue mich darauf, Spaß in der Sonne zu haben. Es wird eine nette Abwechslung sein, draußen zu sein und Spiele zu spielen. Wie wäre es, wenn wir auch ein Picknick machen? Das ist ein fantastischer Vorschlag. Ich kann ein paar Sandwiches und Snacks für unser Picknick vorbereiten. Das wäre perfekt. Wie lange sollten wir dort bleiben? Ich denke, eine Woche wäre genug. Ich stimme zu. Eine Woche würde uns ausreichend Zeit geben, um die Gegend zu erkunden und unsere Outdoor-Aktivitäten zu genießen. Ich habe gehört, dass es in der Nähe wunderschöne Wanderwege gibt. Es wäre toll, einen Naturspaziergang zu machen. Wir könnten auch Fahrräder mieten und die Gegend mit dem Fahrrad erkunden. Es ist eine unterhaltsame Art, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das ist eine brillante Idee. Radfahren würde uns die Möglichkeit geben, mehr zurückzulegen und die Landschaft zu genießen. Ich freue mich auch darauf, Wassersportarten auszuprobieren. Vielleicht können wir Kajak fahren oder paddeln. Auf jeden Fall. Es wäre aufregend, auf dem Wasser zu sein und uns an diesen Aktivitäten zu versuchen. Und abends können wir am Strand grillen. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen. Ich liebe die Idee eines Strandgräts. Wir können leckeres Essen grillen und dabei den Sonnenuntergang genießen. Es hört sich so an, als hätten wir eine spannende Reiseroute geplant. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Abenteuer beginnt. Ich auch. Es wird eine fantastische Reise voller Spaß im freien und unvergesslichen Momenten. Lassen Sie uns das Beste aus unserer Zeit dort machen und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang anhalten werden. Absolut. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Ich zähle die Tage. Das gleiche hier. Machen Sie sich bereit für eine unglaubliche Woche voller Spiele im Freien, Picknicks und viel Gelächter. Lektion 16. Konsequenz ist wichtig. Hallo Anna, ich habe über unsere Englisch-Lernreise nachgedacht. Beständigkeit ist der Schlüssel, findest du nicht? Hallo John. Absolut. Konsistenz spielt beim Sprachenlernen eine entscheidende Rolle. Es hilft uns, stetige Fortschritte zu machen. Das ist richtig. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen und uns weiterhin dazu verpflichten, regelmäßig zu praktizieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, eine Lernroutine zu erstellen und sich daran zu halten, auch wenn es nur ein paar Minuten pro Tag sind. Beständigkeit hilft uns, ein starkes Fundament aufzubauen. Es ist besser, jeden Tag ein bisschen zu üben, als an einem Tag viel zu stopfen und dann mehrere Tage auszulassen. Du hast absolut recht. Regelmäßiges Üben hilft uns, das Gelernte zu behalten und unsere Sprachkenntnisse zu stärken. Außerdem ist es einfacher, motiviert zu bleiben, wenn wir einen konsistenten Lernplan haben. Wir können unseren Fortschritt verfolgen und sehen, wie weit wir gekommen sind. Das ist ein gutes Argument. Unterwegs kleine Siege zu feiern, kann uns motivieren und uns auf unserer Reise zum Sprachenlernen freuen. Wir können auch verschiedene Lernmethoden verwenden, um die Dinge interessant zu halten. Wir könnten Podcasts hören, Filme schauen oder sogar Gespräche auf Englisch führen. Abwechslung ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung unseres Interesses und Engagements. Das Ausprobieren verschiedener Ressourcen und Aktivitäten kann unsere Lernerfahrung angenehmer machen. Absolut. Durch das Erkunden verschiedener Materialien können wir uns mit verschiedenen Vokabeln, Grammatikstrukturen und kulturellen Aspekten der Sprache auseinandersetzen. Und vergessen wir nicht, wie wichtig Beständigkeit bei der Vertrauensbildung ist. Je mehr wir üben, desto selbstbewusster werden wir darin, uns auf Englisch auszudrücken. Du hast absolut recht. Lassen Sie uns also weiterhin gegenseitig auf dieser Reise zum Sprachenlernen unterstützen und in unseren Bemühungen konsequent bleiben. Ich bin bei dir. Beständigkeit ist der Schlüssel und gemeinsam können wir unsere Sprachlernziele erreichen. Lass uns weitermachen. Auf jeden Fall. Wir haben das. Lasst uns weiterlernen, üben und wachsen. Lektion 17, Duftkerzen Hallo Anna, hast du schon einmal Duftkerzen probiert? Hallo John. Ja, das habe ich. Sie können ein entspannendes Ambiente schaffen. Für welche Art von Duft interessieren Sie sich? Ich bin kürzlich auf eine Kerze gestoßen, die einen Hauch von Vanille und Moschus hatte. Es roch wirklich gut. Oh, das klingt wunderbar. Vanille hat ein süßes und beruhigendes Aroma, während Moschus einen Hauch von Erdigkeit verleiht. Genau, es schuf eine beruhigende Atmosphäre im Raum. Ich denke, Duftkerzen sind eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich stimme zu. Das Anzünden einer Duftkerze kann helfen, Stress abzubauen und eine beruhigende Umgebung zu schaffen. Es ist erstaunlich, wie bestimmte Düfte unterschiedliche Stimmungen und Emotionen hervorrufen können. Hast du einen Lieblingsduft? Ich mag Lavendel sehr. Es wirkt beruhigend und hilft mir, mich vor dem Schlafengehen zu entspannen. Lavendel ist wegen seiner beruhigenden Eigenschaften eine beliebte Wahl. Es eignet sich hervorragend, um eine ruhige Schlafumgebung zu schaffen. Absolut. Ich mag auch Zitrusdüfte wie Zitrone oder Orange für eine erfrischende und anregende Atmosphäre. Zitrusdüfte können in der Tat die Stimmung heben und den Raum lebendiger wirken lassen. Sie sind perfekt für ein lebhaftes Zusammensein. Das ist wahr. Duftkerzen können das Ambiente bei gesellschaftlichen Veranstaltungen verbessern und die Atmosphäre einladender machen. Ich glaube, ich hole mir eine nach Vanille und Moschus duftende Kerze für mein Wohnzimmer. Es wird dem Raum eine gemütliche Note verleihen. Das klingt nach einer guten Wahl. Duftkerzen können auch ein schönes Dekorelement sein, das Wärme und Stil verleiht. Ich freue mich darauf, mit dem sanften Duft der Kerze eine entspannte Umgebung zu schaffen. Es wird eine schöne Ergänzung zu meinem Zuhause sein. Ich bin sicher, es wird eine angenehme Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringen. Genießen Sie das gemütliche Ambiente. Ich danke dir. Danke für deinen Vorschlag. Ich werde auf jeden Fall den beruhigenden Duft der Kerze genießen. Lektion 18 Hobby Club Chat Hallo John, bist du auch neu in diesem Hobby Club? Hallo. Ja, das bin ich. Ich bin erst letzte Woche dazugekommen. Wie steht's mit dir? Das ist großartig. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten Mitglied. Ich genieße es wirklich. Das ist wunderbar zu hören. Warum hast du dich entschieden, dem Club beizutreten? Ich hatte schon immer ein Interesse an diesem Hobby und wollte Gleichgesinnte treffen, um Ideen auszutauschen und von ihnen zu lernen. Das ist ein fantastischer Grund. Ich wollte dieses Hobby weiter erkunden und dachte, der Beitritt zum Club wäre die perfekte Gelegenheit. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, die ähnliche Interessen haben und neue Perspektiven zu gewinnen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Haben Sie bisher an Clubveranstaltungen oder Aktivitäten teilgenommen? Ja, ich habe ein paar Workshops und einen Gruppenausflug besucht. Es hat viel Spaß gemacht, mit anderen Enthusiasten zu interagieren. Das klingt aufregend. Ich freue mich darauf, an den kommenden Club-Aktivitäten teilzunehmen. Gibt es demnächst irgendwelche Veranstaltungen? Ja, nächste Woche gibt es einen Workshop, in dem wir einige fortgeschrittene Techniken lernen werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren. Ich werde dafür auf jeden Fall meinen Kalender markieren. Es wäre eine großartige Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu verbessern. Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, dich während der Veranstaltungen anderen Mitgliedern vorzustellen. Es ist eine freundliche und einladende Gemeinschaft. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Der Aufbau von Verbindungen zu anderen Hobbyisten wird das Erlebnis noch angenehmer machen. Absolut. Es geht nicht nur um das Hobby selbst, sondern auch um die Freundschaften und Verbindungen, die wir auf diesem Weg knüpfen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schön, eine unterstützende Community zu haben, in der wir unsere Fortschritte teilen und Rat einholen können. Exakt. Wir können so viel voneinander lernen und in diesem Hobby zusammenwachsen. Das macht es so besonders, Teil dieses Hobbyclubs zu sein. Wir können lernen, Spaß haben und bleibende Erinnerungen schaffen. Hätte es nicht besser sagen können. Willkommen im Club und ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben, dieses Hobby mit uns zu erkunden. Lektion 19. Gesunde Gewohnheiten Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps, um gesund zu bleiben? Hallo John. Absolut. Eine ausgewogene Ernährung ist unerlässlich. Es ist wichtig, unseren Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Ich stimme zu. Was sind einige wichtige Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung? Nun, die Einbeziehung einer Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und mageren Proteinen ist ein guter Ausgangspunkt. Das macht Sinn. Was ist mit Portionsgrößen? Sollten wir das in Betracht ziehen? Auf jeden Fall. Wenn wir auf die Portionsgrößen achten, können wir ein gesundes Gewicht halten und übermäßigem Essen vorbeugen. Das ist ein gutes Argument. Was ist mit Bewegung? Wie passt das dazu, gesund zu bleiben? Regelmäßige Bewegung ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit. Es stärkt unsere Muskeln, verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit und steigert die Stimmung. Es ist also wichtig, eine Trainingsroutine zu finden, die für uns funktioniert, oder? Absolut. Es ist wichtig, Aktivitäten auszuwählen, die uns Spaß machen, egal ob es darum geht, spazieren zu gehen, zu tanzen oder Sport zu treiben. Auf diese Weise halten wir uns eher an unsere Trainingsroutine und machen sie uns zur Gewohnheit. Exakt. Konsequenz ist der Schlüssel, wenn es um Bewegung geht. Es ist von Vorteil, es zu einem festen Bestandteil unserer Routine zu machen. Gibt es noch andere Gewohnheiten, die zu einem gesunden Lebensstil beitragen? Ja, genug Schlaf ist entscheidend. Erholsamer Schlaf hilft unserem Körper und Geist, sich zu verjüngen und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Ich habe auch gehört, dass Stressbewältigung wichtig für unsere Gesundheit ist. Irgendwelche Tipps dazu? Absolut. Stressreduzierende Aktivitäten wie Meditation, Yoga oder das Verbringen von Zeit in der Natur können helfen, das Stressniveau zu bewältigen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, ein Gleichgewicht zu finden. Die Pflege unserer geistigen Gesundheit ist genauso wichtig wie unsere körperliche Gesundheit. Absolut. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn wir auf unseren Körper und Geist achten, können wir ein gesünderes und glücklicheres Leben führen. Vielen Dank, dass Sie diese Tipps geteilt haben. Ich werde sie auf jeden Fall in meinen Lebensstil integrieren. Lektion 20 – Einer Unterkunft finden Hallo, Anna. Ich plane eine Reise. Hast du irgendwelche Tipps für die Wohnungssuche? Hallo, John. Klar, ich kann helfen. Was sind Ihre Präferenzen für Unterkünfte? Nun, ich hätte gerne etwas, das zentral liegt, damit man die Stadt bequem erkunden kann. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie zentral wohnen, können Sie Zeit sparen und den Zugang zu Sehenswürdigkeiten erleichtern. Auf jeden Fall. Haben Sie Empfehlungen für budgetfreundliche Optionen? Sie könnten erwähnen, nach Hostels oder günstigen Hotels zu suchen. Sie bieten oft erschwingliche Preise für Reisende. Das klingt großartig. Es macht mir nichts aus, ein Zimmer in einem Hostel zu teilen, wenn das bedeutet, etwas Geld zu sparen. Hostels können auch eine unterhaltsame Art sein, andere Reisende kennenzulernen. Lesen Sie einfach unbedingt die Bewertungen und wählen Sie eine seriöse aus. Guter Punkt. Sicherheit ist wichtig. Was ist mit Annehmlichkeiten wie WLAN oder Frühstück? Die meisten Unterkünfte bieten heutzutage kostenloses WLAN, aber es ist immer gut, dies noch einmal zu überprüfen. Was das Frühstück angeht, so ist es an einigen Orten im Zimmerpreis enthalten, während in anderen möglicherweise ein Aufpreis berechnet wird. Absolut. Das spart Ihnen Zeit und sorgt dafür, dass Sie eine gute Mahlzeit zu sich nehmen, bevor Sie sich auf Entdeckungsreise begeben. Sollte ich direkt bei der Unterkunft buchen oder eine Buchungswebsite verwenden? Buchungswebsites wie Expedia oder Booking.com können eine Vielzahl von Optionen und manchmal bessere Angebote anbieten. Es lohnt sich aber auch, auf der Website der Unterkunft nachzuschauen, da dort möglicherweise Sonderangebote angeboten werden. Ich werde die Preise vergleichen und sehen, welche Option für mich am besten geeignet ist. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zu Ihrer Reise haben. Das werde ich. Danke nochmal. Ich schätze Ihre Anleitung. Jetzt fühle ich mich sicherer, die richtige Unterkunft zu finden. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Genießen Sie Ihre Reise und haben Sie eine fantastische Zeit beim Erkunden der Stadt. Ich danke dir. Ich werde meine Reiseberichte mit Ihnen teilen, wenn ich zurückkomme. Passt auf euch auf. Lektion 21 Einkaufsausflug Hallo Anna, ich freue mich darauf, heute Künstlerbedarf einkaufen zu gehen. Bist du bereit? Hallo John, das ist großartig. Ich bin bereit, mich dir anzuschließen. Wo bist du einkaufen gegangen? Ich ging zum örtlichen Kunstfachgeschäft in der Innenstadt. Sie haben eine große Auswahl. Das klingt perfekt. Ich liebe es, neue Geschäfte zu erkunden und einzigartige Artikel zu finden. Es ist ein fantastischer Ort für Künstler. Sie haben alles von Farben bis zu Pinseln. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie haben. Ich brauche ein paar neue Skizzenbücher und Stifte. Sie haben eine Vielzahl von Skizzenbüchern und Stiften in verschiedenen Größen und Marken. Das ist fantastisch. Ich suche auch nach einem neuen Satz von Aquarellfarben. Du hast Glück. Sie haben eine große Auswahl an Aquarellfarben in lebendigen Farben. Das ist genau das, was ich brauche. Ich möchte mit verschiedenen Techniken experimentieren. Es macht immer Spaß, neue Dinge auszuprobieren und verschiedene Kunststile zu erkunden. Absolut. Ich suche auch eine hochwertige Staffelei für meine Bilder. Sie haben einen Bereich, der Staffeleien in verschiedenen Größen und Designs gewidmet ist. Perfekt. Ich werde sie mir ansehen und den finden, der meinen Bedürfnissen entspricht. Vergessen Sie nicht, auch nach hochwertigen Leinwänden zu suchen. Das habe ich auf meiner Liste. Dieses Mal möchte ich ein paar größere Bilder malen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin sicher, Sie haben eine große Auswahl an Leinwandgrößen zur Verfügung. Ich freue mich darauf, alle Optionen durchzusehen und herauszufinden, was mich inspiriert. Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie die Erkundung des Ladens. Das werde ich. Das Einkaufen von Künstlerbedarf ist immer ein Abenteuer für sich. Das ist es auf jeden Fall. Ich hoffe, du findest alles, was du suchst. Ich danke dir. Ich wünsche Ihnen auch einen erfolgreichen Einkaufsbummel. Treffen wir uns später und teilen mit, was wir gefunden haben. Hab eine tolle Zeit! Lektion 16. Routine nach dem Aufwachen Hallo Anna, was hast du als nächstes nach dem Aufwachen gemacht? Hallo John, ich habe mir die Zähne geputzt und geduscht. Wie steht's mit dir? Ich habe mein Bett gemacht und mich dann für den Tag angezogen. Es ist wichtig, den Tag mit einem frischen und sauberen Gefühl zu beginnen. Absolut. Danach habe ich das Frühstück für mich selbst zubereitet. Das ist eine gesunde Angewohnheit. Was hattest du zum Frühstück? Ich hatte Haferflocken mit frischem Obst und einer Tasse Kaffee. Klingt köstlich und nahrhaft. Was hast du nach dem Frühstück gemacht? Ich habe meine E-Mails überprüft und auf einige Dringende geantwortet. Es ist gut, den Überblick über Ihre Arbeit und Kommunikation zu behalten. Ja, es hilft mir, organisiert zu bleiben und meinen Tag im Wohaus zu planen. Nachdem ich die E-Mails überprüft hatte, überprüfte ich meine To-Do-Liste für den Tag. Die Planung Ihrer Aufgaben im Wohaus ist ein kluger Ansatz. Es hilft mir, Prioritäten zu setzen und mich auf wichtige Dinge zu konzentrieren. Das ist eine großartige Strategie für Produktivität. Was hast du als nächstes gemacht? Ich machte einen kurzen Morgenspaziergang, um frische Luft zu schnappen. Bewegung am Morgen kann Sie für den Tag mit Energie versorgen. Ja, es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und verbessert meine Stimmung. Hatten Sie nach Ihrem Spaziergang konkrete Pläne für den Tag? Ich hatte ein paar Besorgungen zu erledigen und dann ein Arbeitstreffen am Nachmittag. Es klingt, als ob ein anstrengender Tag vor uns liegt. Ich wünsche dir einen produktiven Tag. Das ist eine große Sache. Vielen Dank.